ich habe mir jetzt ein bisschen rum gespielt erst mal containern ja gerne weil das zeitschloss ist ja eh blödsinn wie gesagt jetzt habe ich eingestellt jetzt sollte der chat mich hören ja frage an chat hört ihr clueless störturm ist links neben uns bei jan oder bei jens du bist hörbar rein theoretisch würde man ja vermuten dass die richtung container unterwegs sind ne ich sehe nix und höre nix geht mir ähnlich auf dem dach auf dem dach auf dem dach auf dem dach einer down der hat aber mit wen vom feld aus geschossen also vom feld hat wer geschossen auf den typen außer mir ich glaube solo gab es nicht ich muss ehrlich sagen ich war mit dem beschäftigt dass das funktioniert das war es nicht du nehme ich an nein hier bei mir kommt auch noch einer nicht down aber panzerplatte weg bei mir lädt einer nach ach wow hab einen ja ich hab auch einen der stand auf einmal hinter mir ja hier ist noch einer hinter der hilfe hier hier müsste dir entgegen kommen hier oder so hier oder so im haus ist auch noch einer hier auch down ich kann pinken warte ich pink mal mhm ähm ähm am container ist der nix hier wär keiner mehr ok dann loot ich meine leichen hier da hat mir ja einer die m4 mitgebracht juhu hier ist noch eine auge wenn du willst nö ich bin auch eher so der m4 11 und 80 stück ähm schatz wäre hier ich bin gleich nochmal ne immer noch bei 1 immer noch am container um auf den chat zurückzukommen visier nur wenn ich weit weg bin ansonsten serve person du hast zu wenig äh zu viele nachteile wenn du im visier bist der ist noch dran der versucht noch zu knacken glaub ich das ist irgendwas im falle ist auf der war kein da ne ist nicht auf da stimmt das ne hast du noch einen ping ne ne doch einen habe ich noch der ist genau hinten dran angeblich wo denn mach mal genau genau da das der hinterm haus ne oder doch am haus ist der vielleicht wartet der im haus ja er ist gerade raus gekommen ok das ist einer von dem häschen gewesen also könnte sein dass wir zwei sind ja so zwei auch da ja ich hab mir auch keinen mitgebracht wie gehst du ab manchmal läuft ja hier ist eine l85 oh die nehme ich damit so gut ja ich hab jetzt die m4 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 im bugle ich hab jetzt leider keinen ping mehr ne die haben auch keinen mitgebracht da oben schießt noch irgendwas ok ph ist drin ist der dünger oder glas lieber hol alles ich brauche nix ich brauche nix ich brauche nix beutewert brauche ich nicht gut hier ist die ph aksu und dings drin gehen wir mal zum großen ping oder erstmal zum schatz oder was keine ahnung schatz wäre hier pass mal auf ich hole hier noch so ein alarm dicker hin mache ich hier rein dann wissen ob hier ist so hören wir ja wenn der alarm geht dann wissen wir die sonder dran ja ich mag die ph auch aber die m4 und die bugle sind mir jetzt mehr wert ja das sehe ich auch so auch wenn es eine goldene waffe ist aber wie gesagt bei mir wäre m4 am meisten wert um bugle auch ich glaube hier hätte ich noch nie das buddelloch ist noch da ich bleib mal ein bisschen hinter dir falls einer dir nachkommen will die sind immer noch da hinten ja vielleicht war ein drop lass uns mal Richtung drop ich bleib mal ich bleib mal ich bleib mal ich bleib mal Ich glaube die hauen mit dem Drop ab Telefonier mal direkt Du hast doch schon 5, 6, ich 1, 7 5 habe ich ja Aber auf irgendwas haben sie ja geschossen Und meistens ist es ja so, wenn man das sich so ausrechnet und dann ist das der eine, der dann auch noch denkt, die Bedrohung hole ich mir noch Du wirst gesehen, ist klar Und du rennst zum Ping Der Drop liegt da am Eingang vom Kraftwerk Ja, ich glaube ich sehe ihn sogar Behalte mal die Umgebung vom Ping im Auge Also am Drop ist keiner Ich bin mir nicht sicher, ob auf dem Kraftwerk sich gerade was bewegt hat Da oben, Kraftwerk ist einer oben Kontakt Da oben läuft er Ich habe gar keinen Sniper dabei Ist noch einer und zwar hier auf dem Damm Jaja, den habe ich gerade angehittet Ja Der müsste da sein, oder? Der ist halt da links Dein ist viel abgehauen Das war so ein Grünling Aber ich glaube nicht, dass der kommt Ah doch, ich sehe ihn, ich sehe ihn, ich sehe ihn Wo ist er? Da glaube ich Er trifft mich, das gibt es doch nicht Wieso trifft er mich und ich ihn nicht Ich habe einen Scope, alles Ich habe einen Scope und bin die ganze Zeit auf seinem Kopf und ich kriege keinen Hit Ja, da sind die Geländer Wo ist er denn schon wieder? Ich weiß nicht, zuletzt habe ich ihn gesehen beim roten LKW Und das hört sich auch noch so an, als wenn er da ist Also eigentlich bin ich ja nur wegen dem Drop hier Aber da der von oben auf uns schießt und böse ist Muss ich da jetzt hochgehen Gut, der sieht dich aber Ja, ich weiß Ah ja, Schrott mitnehmen ist sehr wichtig Ich sehe ihn auch Ich sehe ihn, siehst du ihn? Die Gegner? Mhm, ich habe seine Füße gerade Unter oder unter dem Gummiwagen von dem Down, 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 down Aber ich steppe hier gleich ein Schmerzmittel, wenn es hier so weitergeht Oh nein, ich habe den Schmerzmittelpack hier Nein! Vigor, warum tust du mir das an? Bist du jetzt tot? Nein, aber es hat hier irgendwie zwei Desinfektionsmittel und ein Verband gereicht Gedauert, um hier irgendwie ein bisschen So ein bisschen Dings zu kriegen Hier ist noch ein Tape, wenn du brauchst Ih, Nahrung, will ich nicht Ich renne raus, ich habe den Drop geholt Oder hat der noch eine geile Waffe? Was hat der auch für eine Waffe gehabt? Eine geile Waffe hat der nicht Der hat eine SKS und eine ES16 Er hat nur Ranzwaffen gehabt Ey, und mit der hat der mich die ganze Zeit getroffen Ich habe mit der goldene Waffe hier mit Scope genau im Kopf nix Was meinst du, wie knapp das war? Das war bestimmt ein Regenmantel, oder? Ja, aber da Du, es gibt so viele Runden, wo ich da durchflüge und mir denke Die armen Regenjacken Ja, aber die hauen einen immer weg, ey, das gibt's nicht Naja, irgendwann hast du auch Irgendwann hast du als Regenjacke auch mal wen weggehauen Ja, aber grundsätzlich, ich meine Du hast schon ein paar Kills, ich habe schon ein paar Kills Und dann haben die entweder drei, vier Kills Oder sogar gar keine, nur Striche überall Da denke ich mir auch, ey, hallo Wo ich angefangen habe, habe ich bestimmt die ersten Hundert bis tausend Runden immer reingelutet und raus Und keinen Kill gemacht Und die hauen die sich direkt weg Ja, andere Generationen Spieler, ne? Bisschen strange Also der M4 hat mir das Leben gerettet Mit der Bugle wäre ich draufgegangen Ja, die M4 liebe ich Naja, zwei von den Waffen, die ich haben wollte, habe ich mir rausgeholt Und mehr kann ich auch nicht tragen Also von daher ist doch schön Hat doch geklappt Ich bin noch nicht draußen Ich bin gerade auf dem Weg zum Exit hier So, jetzt bin ich im Countdown Nicht bis dahin Nein Na, nicht bis dahin Nein Ich bin gerade noch nie Moi Wöge Ich kann ich es lieu Ich bin ich Vielen Dank.